Hallo und herzlich willkommen wieder bei Daylight Und ich muss ehrlich sagen, das Spiel ist mir zu heftig Das ist wirklich so, das Spiel ist mir wirklich zu heftig Ich habe mir schon überlegt, ob ich das nicht abbrechen soll, weil Wie ist denn auch die Szene mit dieser Fackel? Also bevor ich die Fackel bekam Das ist doch nicht normal Wenn man dann plötzlich überrascht wird Und diese Texte werde ich auch nicht mehr lesen, denn Weil ich lasse sie nur mal noch einblenden Dass das Ganze nicht zu lange dauert Ja, weil das dauert schon ein bisschen lang Und ich glaube nicht, dass ihr so auf Lesen geil seid Wenn manche vielleicht Kann man sich da bücken, Crouch oder sonst irgendwas Kann man gar nicht Oh, komischweise, ich bin nicht ganz erschreckt Ja, wieder was zum Lesen für euch So, ich werde jetzt diese Fackel anschmeißen Da gibt es sicher irgendwann ein Relikt oder so Ja, wusste ich doch Scheint noch nicht zu funktionieren Ich muss das irgendwie einschalten Okay Wieder mal für euch was zum Lesen Ich bin normalerweise nicht so der Typ Aber was soll ich machen Wisst ihr Und Ja, jetzt kann ich das nicht einschalten Das ist irgendein Grund Gibt es da hier irgendwo einen Schalter oder so? Blöd ist es, dass der Ich weiß nicht, wie man sich bügt Ist es die Alt-Taste? Alt-Gröb? Oh, jetzt habe ich es weggeworfen. Das hätte ich nicht tun dürfen. Oder die G-Taste. Hm. Verstehe ich es nicht. Ich komme da nicht durch. Gucken wir mal bei der Steuerung nach. Leuchtet auf der Spiegel. Klettern, laufen, werfen. Nee, es gibt nichts zum... Man kann sich nicht bücken. Also muss ich irgendetwas finden. Womit ich es dann einschalten kann. Hm, was könnte das irgendwie sein? Bedrohung? Keine. Das hat noch nicht zu funktionieren. Gibt es hier irgendetwas? Aha. Jetzt lasst ich... Okay. Ach, Gott. Spaced. Wow, kannst du klettern. Hm, ja. Welche Objekte kannst du klettern. Hört das wieder auf? Oh, oh. Hm. Manche Objekte kannst du klettern. Space. Du kannst auf manche Objekte klettern. Auf was soll ich klettern? Ah. Ich bin... Ich bin so dumm, echt. Ich bin momentan... ...zu kunststig auf das... Ja, okay. Das ist ja kein Problem. Oh Gott, es ist so fucking dunkel. Du hast ja eh Licht. Schalten wir es wieder ein. Momentan ist es keine Bedrohung. Das heißt, sie gehen uns jetzt auch nicht auf den Nerven. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das passt schon. Vermeide den Kampf. Was für ein Kampf. Ach so, ist sie vielleicht hinter mir? Das ist ein Loch. Auf und nach, mein Lieber. Wir haben viel zu sehen. Und so ein wenig Zeit zwischen uns. Also muss ich nicht runter. Ein Bild. Ja, Gefängnis. So, es ist nicht hinter mir. Aha. Ja, ich muss runter. Ja, wusste ich doch. Spieldaten werden gespeichert. Was? Das gibt's auch. Okay, wir sind jetzt in einem Kanal. Ich glaube, wir flüchten gerade nach, also nach draußen. Wir müssen auf jeden Fall raus hier. Gucken wir mal. Fackeln, alles mögliche. Das war, wird da wirklich gut versorgt. Feine Sache. Okay. Wer hängt denn hier? Huah. Nicht schon wieder. Wo bin ich jetzt? Oh, da gehöre ich hin. Ich soll in einer spannenden Situation dann gleich was lesen. Lesen, lesen. Das ist so. Oh, okay. 13. Eine gerade Zahl. Oh. So. Da gibt's einen Weg. Da gibt's einen Weg. Nein. Nicht schon wieder. Ich trau mich nicht umzudrehen. Okay, nix passiert. Dann geh mal dort durch. Signal fackel aus. Und? Ah, die alte wieder hier. Nein. Ich mach das jetzt anders. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Was glaubst du, wie es mir geht? Nein. Ach, Gott. Meine Kiste. Was für ein Siegel? Signal fackel 2. So. Jetzt müssen wir die richtige Tür finden. Nee. Oh mein Gott. Es geht wieder los. Und ich weiß nicht mehr. Das sind... Das wird, das wird. Ah, die geht mal so auf die Socken. Kann sie nicht. Wobei, da gibt es auch einen Weg. Ah, ich hasse sie. Muss ich dann dort durch? Und das sollte irgendwo dann ein Raum sein, der verschlossen ist. Gefunden. Bin ich gut? Ich hab einfach nicht mehr die Nerven für das Spiel. Was ist ja das? Lasst euch das mal auf euch einwägen. So. Was ist das für ein Raum? Oh, ich hab dich fackeln nicht. So. Aber wieder was zum Läs. Warum lädt das gerade? Einer der Werte ist verschwunden. Wir gehen normalerweise nicht hin und unter. Aber Merse hat uns auf zu finden, bevor er unsere Arbeit geschwört. Ich hoffe, dem Kerl geht es gut. Warum ruckelt das so? Okay, das ist wieder zu viel zum Lesen. Ich weiß nicht, ich bekomme aber keine Ehrung. Doch, eigentlich schon. Ja, können wir. Jetzt gehen wir aber weiter. Genug schon von diesem Raum. Feine Sache benutzen. Wir haben ihn gefunden. Wir alle wussten. Was? Falls es handelt sich das um einen Code. So. Ich hab das gespeichert. Also den Code handelt. 1, was? 13, 13, 13. 1, 13, 13. Was? 1, 3, 13, 13, 13. Okay. Ein wunderbarer Code. Ich hab mir gedacht, was sie mir gesagt haben. Wo bin ich? Da geht es Gott sei Dank eh noch weiter. Weil es ist ja nicht schlecht, wenn da so Dinge draufstehen. Ich muss einmal schauen. Ich muss doch da nicht runter, oder? Es scheint doch nicht zu funktionieren. Da komme ich nicht weiter. Ich schmeiß einmal die Fackel an. Gibt es hier irgendetwas? Muss man die irgendwie anschmeißen? Gibt es irgendetwas zum... Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich kann es da nicht sagen. Ich muss das irgendwie zum Laufen bringen. Hm. Ja, aber wie? Boah, es ist schon ausgegangen. Er liegt da. Da war ich schon drinnen. Ich kann es nicht... Ich bringe es irgendwie nicht zum Laufen. Da drüben ist ihm. So. Sollte das... Der Aufzug gehen. Teile zusammenlegen und... Was? Ah, eine Brücke. Wir müssen aber da durch. Okay, da komme ich nicht durch. Ah. Freiheit. Ich bin da ein wenig gespeichert. Freiheit. Super. Ist fast da. Sehr schön. Ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.